Audio-Post. Geklickt. Gehört. Wichtige neue Nachricht oder letzte Mahnung? Phishing-Mails sind zwar super nervig, gehören aber zu unserem digitalen Alltag dazu. Es gibt Phishing-Mails, die sind ganz einfach zu erkennen. Merkwürdige Absender, tausend Rechtschreibfehler und komische Zeichen. Die hauen wir sofort in den Spam-Ordner. Dann gibt es aber Phishing-Mails, die sind gar nicht so einfach zu erkennen. In manchen Phishing-Mails stehen private Details, wie zum Beispiel unsere Adresse. Hinter dieser Masche steckt meist sogar ein richtiger Datenhandel, sagt Computerspezialist Andreas Wiesler. Viele Angaben stammen heute von gehackten Webseiten. Durch eine Schwachstelle sind die Hacker an diese Daten gelangt und bieten diese anschliessend zum Verkauf im Internet an. Die Spammer nutzen nun die Informationen für gezielte Angriffe. Der Experte berät als Inhaber der Firma GoSecurity Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er weiss, dass Phishing-Mails oftmals zuerst seriös wirken durch unsere privaten Informationen. Wer sich unsicher ist, ob es sich um eine gefälschte E-Mail handelt oder nicht, solle beim Absender genau hinsehen. Wenn ich das Gefühl habe, dass irgendetwas nicht stimmt, besser löschen. In vielen Fällen stimmt die Absenderadresse des E-Mails nicht mit der korrekten Adresse überein. Ein Blick auf die Header-Informationen zeigt dann die ganze Wahrheit. Oftmals gehen Cyberkriminelle sogar so weit, dass sie bekannte Mailadressen nahezu identisch als Absender angeben. Und plötzlich entpuppt sich die Nachricht vom Chef als böse Phishing-Mail. Vertraute Mailadressen herauszufinden, ist für die Hacker ein leichtes Spiel, meint Andreas Wiesler. Auf vielen Firmen-Homepages sind die Ansprechpersonen abgebildet. Aber auch Xing und LinkedIn helfen, die richtige Person zu finden. Dafür gibt es bereits entsprechende automatische Tools, die alle Social-Media-Kanäle absuchen. Und selbst wenn wir früh genug bemerken, da stimmt was nicht und auf die Mails nicht antworten, warnt der Computerexperte vor den Gefahren. Sehr oft werden Schwachstellen in Mailprogrammen gefunden. Dann wird es richtig gefährlich. Spammer nutzen dies gnadenlos aus. Aber auch Anzeigeprogramme für PDFs und Bilder sind beliebte Angriffsziele. Zum Beispiel die vielen Schwachstellen im Akrobat PDF-Rieder, die in den letzten Monaten missbraucht wurden. Damit wir Phishing-Mails nicht ins Netz gehen, rät Andreas Wiesler von GoSecurity, einen wachsamen Blick zu haben. Denn die Ersteller werden immer raffinierter. Die Phishing-Mails, die werden immer besser. Leider hilft an dieser Stelle nur der wachsame Blick. Trotz aller technischen Möglichkeiten der Hacker, fehlt irgendwo ein Detail. Und genau an diesem können Phishing-Mails auch in Zukunft erkannt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017